Hersteller von Gaming-Peripherie müssen sich bei ihren Mäusen schon ein bisschen voneinander abheben, denn es gibt aber tausend Modelle auf dem Markt. Corsair hat jetzt die Glaive vorgestellt und die verfügt unter anderem über wechselbare Daumengriffe. Wir gucken uns die Maus in diesem Video mal etwas genauer für euch an. Corsair betont bei der Entwicklung der Glaive vor allem einen hohen Bedienkomfort im Fokus gehabt zu haben. Also diese Gaming-Maus ist mit einem optischen Sensor ausgestattet, der mit bis zu 16.000 DPI auflöst. Natürlich ein bisschen realitätsfern, aber für manche Szenarien mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so abwegig. Ihr könnt die DPI natürlich verstellen und zwar in Einserschritten, also ihr könnt die wirklich sehr fein programmieren. Ihr könnt die DPI-Stufen natürlich auch on the fly per Schalter umschalten. Ihr habt an der Oberseite auch einen kleinen LED-Indikator, der euch natürlich anzeigt, auf welcher Stufe ihr euch aktuell befindet. Weiterhin mit an Bord, was natürlich den Sensor betrifft, ist die Oberflächenkalibrierung. Ihr könnt dann im Treiber, also der sogenannten Corsair Utility Engine, könnt ihr dann die Oberflächenkalibrierung vornehmen. Das würde ich euch auch raten, also immer wenn ihr beispielsweise die Unterfläche wechselt, also das Mauspad oder dann eben auf einem Tisch spielt, macht zuerst die Oberflächenkalibrierung. Denn so kann sich der Sensor auf den Untergrund optimal einstellen und ihr habt dann keine Probleme bei der Bedienung. Die linke und rechte Maustaste ist mit Omron-Schaltern ausgestattet, also wer sich ein bisschen mit Gaming-Peripherie beschäftigt, der weiß, dass Omron zum hohen Standard gehören, wenn es um Schalter geht, vor allem bei Klick-Schaltern, wie es eben bei Mäusen der Fall ist. Und diese Schalter sollen mindestens 50 Millionen Betätigungen aushalten, also das reicht definitiv für ein Gamerleben. Insgesamt verfügt die Maus über sechs programmierbare Maustasten, die könnt ihr dann im Treiber natürlich auch mit ganzem Befehl Folgen belegen. Und wir haben eine Drei-Zonen-RGB-Beleuchtung, das heißt vorne, hinten das Logo und natürlich auch diese LED-Streifen, die können auch nicht nur in 16,8 Millionen Farben leuchten, sondern ihr könnt auch gewisse Effekte zuweisen. Bisschen aus der Reihe fallen bereits die Daumentasten an der linken Seite, denn die sind nicht eingelassen, wie es bei vielen anderen Maus-Modellen eben der Fall ist, sondern wir haben hier wirklich zwei eigene Knöpfe. Und so während des Zockens ist mir persönlich aufgefallen, dass man die tatsächlich besser erwischt und auch einfach, dass sie präsenter sind in der Bedienung. Was gibt es sonst noch zur Maus zu sagen? Sie hat einen Onboard-Speicher, auf der ihr eure Einstellungen und Profile abspeichern könnt, um es dann offline an anderen PCs einfach wieder abrufen zu können. Und wir haben ein 1,8 Meter langes USB-Anschlusskabel, das sehr cool natürlich auch gesleeved ist. Nun kommen wir aber eigentlich zur größten Besonderheit der Corsair Glaive und zwar sind das die wechselbaren Daumengriffe oder auch Seitenteile. Da liefert euch Corsair zwei Stück mit, insgesamt verfügt ihr dann über drei Seitenteile und die sind dazu da, um sich an verschiedene Spielweisen bzw. Bedienweisen anzupassen, also Claw-Grip-Spieler, Palm-Grip-Spieler, Fingertipp-Grip-Spieler. Die Glaive passt sich also an all diese Spielertypen an und zwar funktioniert das einfach und ganz schnell. Die Seitenteile sind einfach magnetisch an die Maus angebracht, ihr zieht es einfach ab und tut das neue Seitenteil einfach wieder drauf. Corsair liefert sogar so ein kleines schickes Täschchen mit, in das ihr die Seitenteile reintun und sicher aufbewahren könnt. Wenn ich mir ein kleines Vorabfazit erlauben darf, ich hatte die Corsair Glaive schon einige Spielstunden in Verwendung und wie gesagt, vorhin hatte ich es ja auch schon angesprochen, die Daumentasten sind sehr präsent und für mich ist es keine schlechte Sache, weil ich bin so eine, ich vergesse manchmal, dass ich Daumentasten habe. Und an sich, sie liegt auch so gut in der Hand, auch mit den verschiedenen Seitenteilen, klar kann man sich da aussuchen, was man da gerne benutzt. Und auch ansonsten, dank der Oberflächenkalibrierung, keine Aussetzer bei der Bedienung, keine ruckelnde Mauszeiger bisher. Und was mir aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sie eben nur für Rechtshänder geeignet ist, die Maus. Und ja, damit schränkt sich der Kofferkreis natürlich nicht extrem ein, aber Linkshänder müssen halt mal wieder schauen, wo sie bleiben. Preislich liegen wir bei der Corsair Glaive bei rund 80 Euro und das ist für eine Gaming-Maus, leider muss man ja fast schon sagen, mittlerweile der gute Standard. Aber an sich, die Qualität ist einwandfrei, tadellos, wie man es eben von Corsair erwartet. Und wie findet ihr die Maus? Also ist das was für euch? Wechselbare Seitenteile? Oder wollt ihr einfach ein bisschen andere Features mal haben? Oder vielleicht irgendwas, was euch einfällt, was euch fehlt beim Gaming? Schreibt es runter in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Bis dahin, Freunde. Macht's gut.